Ja, hallo. Hier kommt deine ganz persönliche Weihnachtsmeditation. Begebt dich in eine ganz entspannte Sitz- oder Liegeposition. Mach es dir nicht so anstrengend. Und versuch dich heute mal ganz besonders zu entspannen. Versuch den Stress loszulassen, all das Kämpfen, Analysieren. Stell dir stattdessen vor, wie dein ganz persönlicher Weihnachtsstern über dir schwebt. Kannst du dir vorstellen, einfach als ein wunderschönes Licht, was dich ganz einhüllt. Lass all den Alltag mal los. Atme tief ein und aus und lass dich noch tiefer fallen. Ganz tief fallen und auffangen von diesem Licht. Musik 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 Spür, wie dieses Licht ganz langsam deine Energiezentren reinigt, wenn du es zulässt. Beginnt bei deinem Wurzelschakra und weiter zu deinem Sakrarchakra. Dann geht es weiter durch all deine Energiezentren, durch dein Herz, deine Stimmung. Das sind deine oberen Chakren. Lass auch zu, wenn du magst, dass dein Gedankensystem gereinigt wird. Von all den negativen Schlacken, die sich da bilden. Von ungünstigen Glaubenssätzen, Selbstabwertung. Lass dieses Licht einfach dieses Gedankensystem klein bisschen reinigen. Lass das Licht einfach dieses Gedankensystem. Lass das Licht einfach dieses Gedankensystem. Lass auch deinen Emotionalkörper reinigen von seinen Schlacken. Negativen Emotionen. Gefühlen nicht geliebt zu sein. Abwertung Wut Ärger Es ist alles nicht schlimm, aber lass dich reinigen Lass dich Durchlüften Und spür den Frieden, der damit einhergeht Ich spür das Gefühl, dass für dich gesorgt wird Dass du umsorgt wirst Was an dich gedacht ist Schon immer Und du all die Aufmerksamkeit bekommst Hier und jetzt Die du schon immer haben wolltest Spüre vielleicht für einen ganz kleinen Moment Dass auch in dem Dunklen, was vielleicht manchmal ist Eigentlich das Licht schon ist Dass alles zu deinem Weg gehört Und auf wunderbare Weise alles schon Choreografiert Eingerichtet Und fühle vielleicht die Dankbarkeit für deinen ganz speziellen Weg Lass dich segnen von diesem Licht Deinen ganz persönlichen Segen Und spüre, dass für einen kleinen Moment Alles in Ordnung ist Und dann das Licht zwischen sich Und dann Ich bin aufgeregt Tapi ich bin da Und dann euch Ich bin da Ja, dann komm langsam wieder an, hier in deinem Zimmer, oder wo auch immer du meditierst. Nimm dich wieder zurück, öffne die Augen, nimm diesen Frieden, den du vielleicht gestern gespürt hast, noch mit, sei geduldig mit dir.